Wenn wir nach links gehen, kommen wir nur zum Ausgang zurück, also wieder nach oben. Das mache ich nicht. Und ich bin mir sicher, ich bin eigentlich genau richtig gewesen. Ich habe erst gedacht, oh scheiß, ich bin falsch gegangen, aber nein, ich bin jetzt einfach nur im Kreis gelaufen, was ich hätte vielleicht nicht tun sollen, na gut, nur um den Weg freizuschalten. Ja, aber ich war schon ganz richtig. Das ist eine grüne Stelle, auf der wir runter müssen. Das ist, naja, er hat mich nur ein bisschen irritiert. Diese Stelle sieht so ähnlich aus wie eine andere Stelle, die noch kommen wird. Ja, ich friere euch an, bevor ihr euch was machen könnt, bis euch das Hören und Sehen vergeht. Also Musik, die Mardi, so geil. So, hier steigt die Lava bis zur Spitze. Also Beinung! Jetzt fehlt noch die hier Metroid-Escape-Musik. Dum 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 dum. Ja, also es würde hier zumindest passen, aber diese Musik geht auch. Ach, Zeit habe ich hier genug, ich muss mich nicht beeilen oder so. Ich kann hier vielleicht noch ein bisschen warten, bis die Lava hier hochkommt. Ich kann vielleicht auch noch ein bisschen hier Togo einschalten. Oh, da ist es hier schon. Nein, 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 okay. Yeah, warte, kann ich hier noch gerade so stehen? Jetzt probiere ich mal kurz aus. Ich kann hier gerade so noch stehen, voll geil. Tough life, ey. So, hier. Wenn ja rechts gehen, kommen wir raus. Gehen wir nach unten, kommen wir zum Boss. Also ich gehe zuerst zum Boss und dann später nach rechts. Weil rechts kommen wir hier, finden wir zwar viele Items, aber wir kommen dann wieder raus aus der Welt. Und das habe ich jetzt noch nicht vor. Ach, ich brauche zu viele Schüsse, um die down zu kriegen. Screw zergreicht das schon vollkommen aus, wenn es funktioniert würde. Ich muss nur seitlich springen. Also diagonal und so. Ich glaube, hier kann man speichern. Der einzige Speicherplatz, von dem ich erzählt habe. Ja, das ist der einzige. Der aller einzige. Wenn ihr also im Kampf verreckt, müsst ihr den ganzen Weg nochmal hier laufen. Es kommt jetzt noch ein ganzes Stück Weg, also passt auf. Verkackt bloß nicht. Trainiert euch Skill an. Wenn ich das jetzt gespielt habe, wäre ich mit Porcum bitte da durchgegangen. Die wollen damit ein Team an den Zähler, könnte was sein. Aber nein, das ist nur Zeitverschwendung, glaube ich. Aber weil ich so dumm bin, mache ich es trotzdem. Ich bin jetzt da rausgefallen. So, da müssen wir hin. Man merkt hier, jetzt bei den tiefen Nebeln von Norvell kommt mehr Rätsel zustande. Man muss herausfinden, wo man überhaupt hier weiterkommt. Und nicht zu Geste einfach von A nach B. Sondern das B kann überall sein. Und du weißt noch nicht mal, wo er A ist. So ist das. Ja, gehen wir runter. Ja, gut so. Stacheln. Die machen übrigens furchtbar viel Schaden, passt also auf. Ach, der Raum. Ich kann denen nur schaden, wenn sie gelb geworden sind. Zuvor muss ich also denen ausweichen. Was gut einfach ist, solange man einen School Attack hat. Das sind zumindest zwei Viecher. Und die teilen sich die Lebensenergie. Das heißt, würde ich in einem, stirbt auf der anderen. Ich muss warten, bis die Kuh-Fu-Kinyas hier gelb werden. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Aber das ist verwechselt mit einem ganz anderen Boss aus einem ganz anderen Spiel. Tut mir leid. Ach. Loops. Was machen eigentlich diese Fernseher da? Das Einzige, was die wohl den ganzen Tag hier machen, ist Fernsehen gucken. Das mit mehreren Fernsehern gleichzeitig. Mann, was für Junkies. Fernseh-Junkies. Jetzt geht das hier nur linear mit diesen Narren und den Viechern. Da kann man einfach nur ganz gechillt durchfliegen. Das ist der langweiligste Teil. Und auch der letzte. Scheiße. Das haben wir sie. Das schon, aber das behinderte Auge. Ja. So. Ich zur Sicherheit setze ich mir hier in den Safe-State. Ich werde ihn, glaube ich, nicht nutzen. Aber, ja. Ridley ist schon ein echt hartnäckiger Boss. Jetzt habe ich schon gesagt, wer es ist. Aber es war eigentlich offensichtlich, weil er ist der Einzige, der noch nicht tot ist. Und wir haben ihn auch gesehen schon. Und dann. Dum 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 dum. Au. Sich von dem nicht treffen zu lassen, ist ganz schön schwer. Weil er immer so rumhüpft, ist es auch nicht so leicht, ihn zu treffen. Ich wollte eigentlich nicht so viele Super-Missles verschwinden. Aber ich tue es trotzdem. Weil ich dumm bin. Ich hätte vor allem auch noch den ganzen Missles nachtanken sollen. Aber ich bin ja dumm. Aber so bin ich noch mehr. Ne. Ich ducke so schnell, als dass du mich fangen könntest. Ich werde dich töten, dass du das Baby mitgenommen hast. Ohne zu fragen. Oder das Geld anzunehmen, das ich dir hätte gegeben darf, dass du es in den Mitteln genommen hast. Der Scherz. Wir mögen doch das Baby. Das Baby! Ja, Ridley machen wir schon fertig. Guck mal, wie rot er schon wird. Der schiebt sich ja schon, weil er das Baby geglaubt hat. Wie man sehen kann, geht unsere Lebenszeit auch ganz schön zur Neige. Also Ridley ist wirklich harter Tobak. Es sei denn, man ist nicht zu faul, seinen Pattern zu schauen. Ich kenne seinen Pattern, aber ich bin zu faul, ihm ständig auszuweichen. Ich baller einfach nur auf ihn drauf. Ich habe nicht so viel Zeit, ihn einfach hier ständig auszuweichen. Ich will die ganze Zeit auf ihn draufballern, das mag ich gerne. Ah, nein, nein, nein. Keine Sorge, Bros und Sis. Wir haben ja noch Reservenergie. Also wenn die Energie down geht, ist noch alles gut. Im grünen Bereich. Ich glaube, er ist tot. Ja, er ist tot! Oh, geil! Das macht er immer kurz bevor er stirbt. Ist vorausgesetzt, weil er sich am Ende noch von Marfa in dem erwischen. Kann auch so einfach verrecken. Das ist tatsächlich möglich. Das habe ich schon sieben Mal gesehen. Scheiße! Nein! 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 Ich weiß, dass die Baby könnte überall sein. Und wo könnte es wohl am genauesten sein? Natürlich bei Mother Brain! Da wo könnte ich jetzt hin, weil alle Bosse sind tot. Wir haben das Spiel schon beinahe durchgespielt. hat wir uns extra übrig gelassen ein besonderes item gibt es hier nicht wir haben schon alles wir mussten das einzige c war noch wirklich zu besiegen und für endlich hier zu tun können und mal sein bringen fertig machen ich glaube ich gab es auch wirklich nur ein energy tank okay da fehlt ja nur noch ein einziger ich weiß sogar noch wo ich war das weiß ich sogar und es glaubt nicht aber es war der energy tank der jetzt noch fehlt war genau der den ich echt lange gebraucht darum zu finden ich bin damals darauf nie gekommen dass an einer ganz bestimmten stelle versteckt ist ich fand es war auch echt unfair gemein zum glück gab es nintendo magazin die einen geholfen haben wir haben einen stich gelassen ja heute gibt es das internet keine wundersen keine sagen da gibt es wenn es das internet magazin gibt aber ich brauche ich nicht mehr besiegen die tür bleibt jetzt ist er immer auf guckt ruhig fernsehen das könnte den ganzen tag von mir aus machen das geschlecht von den stacheln zu unterscheiden ist ja schwer da ist ja noch ein geingang er ein englischen um Aua, ist es wehgetan. Ja, wir müssen jetzt die Fluchtroute nehmen, die ultimative Fluchtroute, und dann hat sich das erledigt. Dann haben wir, glaube ich, alles und können The Baby retten und Mother Brain ein für alle Mal besiegen. Das ist immerhin der Abschluss einer Trilogie Super Metroid. Die muss man nur bedenken. Das heißt, die Story wäre damit theoretisch abgeschlossen. Nur, ja, die Story ist natürlich eher mickrig. Ja, so war das damals. Die Story stand noch mal da, noch nicht so im Vordergrund. Das war vollkommen in Ordnung, die damalige Zeit. Nein, nein, nein. So, okay, hier ist es. Wie soll man darauf kommen, hinter diesen Vieh zu steigen? Für mich war das immer solide hier. Wie sollte man da durch? Wie sollte man da wissen, dass man da durch kann? Und diese Viecher müssen natürlich da auch sein, ne? Oh, stopp. Ja, immer schon lichtbar. Einen können wir töten. Und das ist der letzte Energy Tank. Jetzt haben wir die volle Energieleiste. Alle Herzcontainer. Alle Energiedrinks. Energydrinks. Ach, meine Nase ist gerade so verstopft. Er respirator. Kann ich den mal richtig aussprechen. Dann neige ich dazu Dinge eher französisch besser auszu- Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oui, oh. Oh, 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 oh. ja, komm ich ja durch? Ja, so verliebt man nicht viel. Und ein Fels. Ihr seid nutzlos, ihr scheiß Felsen. Dann sieht's doch endlich ein. Ihr nervt damit keinen. Doch, eigentlich tut ihr das schon. Ihr seid einfach nur da zu nerven. Nicht, um das Design hier besser zu machen. Ach, wir müssen irgendwo von oben kommen. Wie ihr wisst, kommt alles gut von oben. Das sind sogar die letzten Porrbomben. Ah, cool, cool, cool Story bro. Äh, nun seh ich einfach unsicher aus. Autsch, das ist auf mir getan. Ich hoffe auch, dass wir da nichts besehen haben. Ansonsten wär ich wirklich gezwungen, in die Lösung zu gucken. Weil ich da nicht mehr weiß, wo ich noch suchen sollte. Ich denke aber, dass wir eigentlich eins haben müssten. Ich hoffe es doch. Ich glaube, die oberste Route war die beste. Eigentlich ist es egal. Okay. Bin ich mit einverstanden. Ja, durch. Und da unten müssen jetzt die Powerbunden sein. Wow, was für eine Wegverlängerung. Muss das wirklich sein, Nintendo? Muss das wirklich sein? Ich meine, es war noch nicht mal was Besonderes. Es war ein mäkiges Labyrinth. Ich fühle mich nicht mental herausfordert. Aber naja. Dann schweben wir mal durch, als wären wir so ein Goku. Als wären wir so ein Goku. Alle Powerbunden haben wir, alle Energytanks, ein Super-Missile-Container fehlt. Und dann weiß ich nicht, wie viele Missile-Container noch fehlen. Diese blöde Kohle, hm? Die muss einem auch immer so wehtun. Ach ja, genau. Hier war was. Gut, dass ich nochmal drauf gekommen bin. Das ganz außersehen. Das ganz außersehen. Ja, der ist ja da durchgekommen. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's doch nicht. Ui, äh, 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 äh. Pass mal auf. Okay. Hier muss noch was kommen, ich bin mir sicher. Kommt noch nur auf was. Irgendwas. Irgendwas kommt noch auf uns zu. Oder? Was gut ist das? Puh, ja. Wisst ihr, irgendwie hab ich das Gefühl, dass uns noch was fehlt. Ihr nicht auch? Irgendwas musst du hier noch gewesen sein. Ich muss ein bisschen alles absuchen. Für die, die es wissen, sie ein bisschen, ihr müsst es mir ja nicht unter die Nase reiben. Ich meine, man sieht auch mal Dinge, auch wenn man Spiele schon oft gespielt hat. Es gibt immer mal Dinge, die man sieht, man einfach mal. Es gibt so viel, das kann man sich ja nicht alles merken. Auch wenn Merk mein Name ist, das ist die Wahrheit. So, ich bin mir nicht, ich glaube hier nicht, dass wir alle Super-Missile-Protäne gefunden haben. Ne. Das ist mir zweifelig, aber ich gehe erst mal zum Raumschiff. Ich überprüfe, ob ich wirklich, äh, auch alles habe. Also, vielleicht habe ich tatsächlich alles und ich war einfach nur so blöd, das zu bemerken. Aber ich kann ja nicht meine maximale Gänze sehen, sondern ich muss erst mal meine Energie vollständig auffüllen. Dafür muss ich zum Raumschiff. Ja, schade, dass es keine Teleport-Möglichkeiten gibt. Ah, das macht auch das Abenteuer irgendwie interessanter, dass man eine große Welt hier erkundet. Da gab es hier nicht so eine Scheiße. Ja. Da war noch was. Aber Super-Missens. Na, war ja noch was. Etwas, was ich hätte vorhin nicht erreichen können. Was könnte das gewesen sein? Tja. Guter, guter Komplettlösungsmann. Ich hoffe, mich auf dich zählen zu können. Und weh, ist es in Meridia. Ich, 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 ich will diesen Ort nicht mehr betreten. Erster Ort meiner Albträume. Tja. Hm. Jo. Was ist, wenn es ein, an der Stelle ist, in der Tiefe und Ebene von Norfair, die ich einfach schlicht und ergreifend aus Dummheit übersehen habe? Ich meine, alles ist ja möglich. Alles ist möglich. Ah, geht's mal schneller hier. Ich frag mich manchmal echt, ob ich das einfach rausschneiden sollte, weil... Ist das überhaupt noch interessant hier? Eine ganz bestimmte Zu-Orts-Erreiche, die wir schon alle schon kennen. Naja, aber so bin ich nochmal. Ich will möglichst viel zeigen. Auch wenn wir das schon gesehen haben. Aua, Mann. Das ist ja so ansteckend hier. Ich kann natürlich nicht da einfach gegenfliegen. Ach, ganz ernst, das ist so behindert. Das ist so behindert. Äh, 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 äh. Endlich so. Nun kann ich nicht mit dem Squid-Teak durchfliegen. Aua, Auah. Aua, auah. Äh, 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 aua, aua. Alloo. Although, Oha! Könnte es sein, dass es diese eigene Stelle hier ist? Die er rausführt? Ach, Meridia? Ich meine, um Gottes Willen, nein! Ist ja grausam! Ich habe nur das Gefühl, uns fehlen eigentlich noch so einige normale Missils auch. Nicht nur Super Missils. Ich wette darauf, ich wette darauf. Oh Mann! Okay, dann zeig mal her, was fehlt mir noch? Also, mir fehlt ein Super Missils Container. Und... Sechs normalen Missils Container. Nein, nein, nicht sechs, sondern sieben. Sieben Stück. Achtung Kacke. Achtung Kacke. Achtung Kacke. Mir gehen gerade nur die Ideen los. Wisst ihr was? Ab hier beende ich. Extra zum Finale beende ich hier. Gucke hier eine Lösung nach. Dann zeige ich euch an die Versteckenden, die ich übersehen habe. Und dann besiegen wir den Endboss. In der nächsten Aufnahme. Jetzt muss ich meine Let's Play Batterien aufladen. Ihr merkt ja hier nicht, dass ich schnupfen habe hier. Nicht schnupfen, aber kommt Schleim in den Hals. Und das ist nervig. Also richtig nervig. Bis dann, Leute. Und tschau, wir sehen uns. Das ist ein Problem. In der nächsten Folge. Wir sehen uns. In dem letzten Woche. Vielen Dank.